Hey, ich wollte da ein schönes Bild schießen! Also, wie gesagt... Also, ich geh nicht in die Mitte. Drei gegen Einschmeln. Das ist das Tolle hier auch mal gesagt. Den Dicken musst du extra einen Ball geben. Volker! Ja, das war mein letztes Spiel mit dir. Hier draußen, Herr Schanzen. Er gibt den Dickenball.